Wir haben ja zusammen in der Kunstschule studiert und dann haben wir alle unsere Abschlussausstellung gehabt und wir haben unsere Abschlussausstellung gepostet und dann hat Martin mich angeschrieben, ob ich nicht Lust hätte, auch mal bei ihm auszustellen. Und dann habe ich diese Räume erstmal organisiert, beziehungsweise hatte die dann im Angebot und wollte das eigentlich mit der Kunstschule zusammen in der Kooperation machen. Dann hat die Kunstschule aber beschlossen, das mit dem Erasmus-Programm mit jemand anders zu machen. Die Erasmus-Leute hatten eigene Räume und dann dachte ich, na jetzt habe ich aber die Räume hier organisiert, was mache ich denn jetzt? Und dann hat die Rita gesagt, mach das doch als Aushang und dann dachte ich so, wie soll ich einen Aushang machen mit irgendjemandem? Was sage ich mit meiner Kunst, warum stelle ich die denn nicht aus? Und dann ist mir Sina sofort eingefallen, weil wir uns so gut verstanden haben. Und Sina meinte, dann nehmen wir aber auch noch Andrea mit ins Boot. Und genau in diesem Moment, wo ich in der Schule war, um das zu organisieren mit Sina, war Andrea auch im gleichen Raum. Und dann haben wir in diesem Moment die Nymphart-Kollektive gegründet. Musik 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 Wir waren jetzt zwei Wochen hier, also wir durften jetzt zwei Wochen hier ausstellen und das war sehr aufregend, weil es war ja der Auftakt von unserem Nymphart Kollektiv, quasi die erste Show von hoffentlich ganz vielen, die noch folgen werden. Und ja, also ich würde trotzdem jetzt gerne nochmal von euch wissen, wie war es denn jetzt so? Wie ist es gelaufen? Wie habt ihr euch gefühlt? Musik rauszutragen an die Welt, also an die Leute und dem eins zu eins dann auch noch das Bild erklären zu können, dass der eine oder andere Liebhaber es dann vielleicht sogar noch mit nach Hause nehmen möchte. Das ist meine Welt. Ja, und natürlich war es total aufregend. Ich bin jetzt noch am Zittern, auch wenn man es vielleicht nicht ansieht. Es ist wirklich auch aufregend und schön, dass so viele Freunde und Bekannte und neue Gesichter da sind. Danke auch an euch. Vielen Dank. Applaus Genau, und jetzt dann wirklich Cheers. Es gibt Wunder. Moment, und bei dir? Ja, na, äh. Na, jetzt? Ähm, also ich schließe mich an. Ich fand das eine fantastische Erfahrung. Ich finde, wir haben so gut harmoniert. Wir haben wirklich eine tolle Zeit gehabt. Wir haben uns immer wieder zusammen getroffen. Und dann sind wir von hier wieder neu gestartet. Es kamen auch während der Woche immer Besucher und Besucherinnen. Und wir haben unsere Kunst zeigen können. Es gibt hier übrigens auch fantastische Cocktails und Mocktails. Das heißt, es wurde auch immer noch der Abend sehr, sehr gut mit Flüssigkeiten, mit sehr coolen Drinks gefüllt. Genau. Und ja, es war eine fantastische Erfahrung. Und ich freue mich sehr und bin sehr, sehr dankbar für diese Erfahrung auch. Und schön, dass wir das mit euch teilen dürfen. Ich freue mich sehr, sehr. Ich freue mich sehr, sehr. Okay, so Leute, alle, die jetzt noch mal eine kleine Führung durch die Galerie zu bekommen, können jetzt gerne mitkommen. Okay, das ist eine Hommage an meine Großeltern. Das ist mein Opa und meine Oma. Und hier habe ich Skizzen gemacht. Ja, was soll ich erzählen dazu? Also, das ist Onkel Faustus und die Dancing Queen. Mein Stil oder meine Art ist immer sehr bunt. Ich habe diese Bilder geschaffen 2023 und 2024. Das ist meine dritte Serie sozusagen. Davor habe ich ein Label gegründet, 2010. Das heißt Hero Secrets. Hero Secrets ist zum Beispiel die große rote Nymphe entstanden. I slap you in the face if you don't fuck me, but don't fuck with me. Und 2018 entstanden diese Bilder. Das ist Hero Secrets, also die Geheimnisse der Helden. Was machen die Helden eigentlich in ihrer Freizeit? Warum tragen sie Strumpfhosen und warum, fucking way, stehen die jeden Tag auf, um unsere Welt zu retten? Das wollte ich mal hintergründen und wollte mal schauen, was könnten die denn in ihrer Freizeit so tun? Hier in dieser Galerie haben wir uns zusammengefunden mit Nymphart Kollektiv. Nymphart Kollektiv sind drei Frauen, drei starke Nymphen, die sich gefunden haben, um ihre Kreativität zusammenzubündeln und zu präsentieren. Und das Ziel ist oder der Weg ist, wirklich Präsenz zu zeigen, Präsenz zu zeigen in der Welt, die Leute zu bewegen, die Leute zu erreichen, den Leuten die Kunst auch eins zu eins mitzuteilen, was wir für Gedanken dahinter hatten und warum wir die gemacht haben und das dann in einem so einem guten Kollektiv zu präsentieren, dass wir uns gegenseitig endlich mal unterstützen. Diese Unterstützung ist halt so wichtig. Und dieses Mal hat es wirklich richtig gut geklappt, muss ich wirklich sagen. Und ich danke nochmal Sina Feinstein und ich danke auch Andrea Krüger für diese tolle Zusammenarbeit. Dankeschön. Ich bin Andrea Krüger, Teil vom Nymphart Kollektiv. Das ist meine Kamera, nehme ich an. Ja, ich male schon relativ lange und komme eigentlich aus dem Porträtmalen und habe mich mittlerweile aber ein bisschen umgestellt auf abstraktere Landschaften. Auf ein bisschen fantasievolle Steine, das Meer. Ich male gerne im Blau, Orange. Also ich habe schon Lieblingsfarben. Und tatsächlich bleibe ich auch nach wie vor bei den Porträts. Also ein paar Porträts hängen auch hier jetzt nicht, außer meine Tiere, die dort sind. Tiere finde ich auch immer sehr schön, wenn ich die male. Ja, und was gibt es noch über mich zu erzählen? Das ist nicht von mir. Ja, ich hoffe, dass wir mit dem Nymphart Kollektiv hier noch einiges auf die Beine stellen können und noch viele Ausstellungen haben, weil das war eine ganz tolle Zusammenarbeit tatsächlich mit Sina Ida und Clara Held. Und ja, soweit zu mir. All right. So, are you ready, Frank? Are you ready for something? Ich bin Sina Ida Feinstein und ich bin Teil des Nymphart Kollektives. Nymphart Kollektiv ist ein neues Kollektiv. Wir haben uns gerade gegründet. Wir haben angefangen mit drei Malerinnen und Künstlerinnen, Fotografie, Malerei, Skulpturen haben wir. Und die Idee ist eigentlich, dass wir als kreativ schaffende Frauen, dass wir uns zusammentun und gegenseitig unterstützen und Plattformen schaffen, wo wir unsere Kunst präsentieren können. Genau, das Ganze ging jetzt los zu dritt. Aber wir haben auch schon ein paar neue Nymphen im Hintergrund, die mit Collage und mit Musik auch unterstützen. Wir hatten auch jetzt bei der Ausstellung schon am Anfang, gab es noch eine DJ und jetzt gab es auch noch mal ein Konzert. Das heißt, wir haben ganz tolle Frauen, die jetzt schon dabei sind. Übrigens gehen 10 Prozent von unserem Kunstverkauf geht an Unterschlupf e.V. Das ist auch ein Verband, der obdachlosen Frauen hilft und eine Tagesstätte bietet und auch Unterstützung. Genau. Ja, die Gärten habt ihr gerade schon gesehen. Hier ist noch mal ein bisschen was anderes von mir. Ein bisschen abstraktere Flecken. Ich habe eine Zeit lang so ganz gerne Bruises, also Hämatome gemalt, aber die auch abstrahiert. Außerdem auch gerne Stillleben. Die könnt ihr da oben weiter sehen und auch Aktzeichnungen. Ich habe sehr, sehr viele Aktzeichnungen und auch Aktmalerei. Das macht mir Spaß. Und hier könnt ihr auch noch mal sehen, wie es dann aussieht, wenn die Körper in Bewegung sind. Dann haben wir noch überlegt, wie wollen wir uns denn nennen? Und ich habe dann gedacht, wir brauchen irgendwie starke weibliche Kraft und am besten so ein großes Pantheon, dass wir auch wachsen können. Und so sind wir dann auf die Nymphen gekommen. Als erstes hatten wir die Amazonen, aber das Amazonen, das war dann... Nee, wir wollten ja nicht kriegerisch sein. Ja, wir wollten ja nicht kriegerisch sein. Auch, aber nicht nur. Genau. Und die Weiblichkeit drückt sich durch die Nymphen viel besser aus. Viel, viel besser. Und unsere Nymphart wurde ja dann noch ergänzt mit dem E. Deswegen, wenn man es ganz genau liest, ist es ein Nymphart. Genau. Wir müssen einen Nymphart haben, weil auch... Das hast du... Nichts mit Nymphen gar nicht. Überhaupt gar nichts, mein Gott. Nein. Nein, das sind Naturgeister. Aber Natur... Starkes Naturwesen. Naturwesen. Aber Sexualität dürfen die natürlich auch leben. Natürlich. Und zwar so, wie sie wollen. Ja. Sind ja auch Gottheiten. Ja. Oder zumindest Halbgottheiten, kommt drauf an, ne? Nymph... Ne, das hier in... In dem Herz. Das Herz aus der Nymphart. Das ist quasi das Herz, was auch pulsieren kann. Und ursprünglich hatte ich da sogar so ein Kondom drin, den konnte man aufpusten. Dann sieht man von der anderen Seite, wie sich das ausdehnt. Ich habe das aufgeschnitten und wieder zusammengenäht. War auch sehr schön. Hat viel Spaß gemacht. Kleiner chirurgischer Eingriff am offenen Herzen. Ja. Genau. Und hier, ich weiß nicht, ob ihr das jetzt auch schon gesehen habt, hier die Krake von Andrea. Aber eben schon... War ja auch eins unserer großen Motive, die Krake und... Genau. Und zu der Krake muss ich noch sagen, dass die auch eben nicht so ganz eindeutig ist, ob sie jetzt sexualisiert ist. Also deswegen heißt sie auch Krake oder so, weil das nicht so ganz klar ist, ob das jetzt wirklich ein Tentakel ist oder vielleicht doch was anderes. Und das war so die Idee darüber, dann eben die Erotik wieder von Sina zu setzen mit den Holzschnitten. Von Hokusai. Genau. Das ist nicht meine persönliche. Ja gut, aber seine umgesetzte. Genau. Ja. Richtig. Ja, da habe ich ja die Hommage von Hokusai an Hokusai. Das ist The Fisherman's Dream. Fisherman's Wife's Dream. So. Fisherman's Wife's Dream. Ganz schön langer Name. Genau. Das ist das hier. Und ich finde, das hat sich dann eigentlich auch mit diesen Tentakel und der Lust. Ich finde ganz spannend, dass je nachdem, wie man sich das hinhängt, dass sich auch das Spannungsverhältnis und auch das Machtverhältnis ändert. Und das ist ja auch nochmal interessant. Ich finde, das ist ja auch nochmal interessant. Bis zum nächsten Mal.